Powered by Unity! Wie lange hab ich denn nicht mehr gesagt? Nein, Scherz. Blurking! Ich bin einfach mal direkt auf Luft. Direkt auf Luft spielen ist immer mal lustiger. Was ist das denn für eine heilige Scheiße? Verschließt? Verschließt. Gut. Was cool to create sound. Verschließt. Verschließt. Wir haben ein Tee zu Crouch. Wir machen natürlich ein Nermer. Der Audio-Cathede. Der Audio-Cathede ist 5 April 1986. Jetzt ist es 1300 Stunden. Das ist es. Wir sind endlich auf Menschenrechte. Und wenn es hier ist, wird es eine großartige Jahrzehnte, von Nürzahn 7. Und hier, jeder wird endlich wissen, mein Name. Okay. The operation on TIS Subject 01 will commence in about an hour's time, subject is in optimal condition. With regards to reports from the assistance, I would like to go on and record to say that I deserve no of normal behavior in a subject at all. The operation was a great success. 01 still out cold, but we expect him to wake up any moment. There was a minor incident. However, the dead have somehow managed to escape their confines. And we need to find them. We try to recapture them now. And some media must have left the cage door open. Okay. Let's go. Let's go. Uh. Oh hi. Ha! Ha! Ja, das kennen wir doch schon. Ist doch schon viel. Hallo? Uäh! Boa! Danach! Aaaaah! Und irgendwie zu nah an den Käfig zu gelangen. Der insect spricht ohne Wasser. Matt hat eine Kummer gerückt. Mann, gar nichts mehr, hier sind los. Ja. Dann rennen wir mal. Was? Zählst du Klausch? Ja, dann krieg ich ja wir mal, äh. Kann man denn? Ja, kann man. Gut. Nur, äh, was bringt mir das jetzt, äh? Ich glaube gar nichts. Gut. Komm schon mal rum. Laptops, Laptops. Jetzt haben wir uns soweit nichts. Gut. Dann gehen wir mal langsam weiter. Wohl? Du bist ein Liebensfeet. Du bist ein Liebensfeet und du bist ein Liebensfeet und du ist ein Liebensfeet, oder? Loading, ja dann laden wir. Moment schon, da war halt doch jemand. Nee, da lacht jemand. Gehen wir der Sache mal auf den Grunde! Hier ist nichts. Das Odeo. Hier sind 41 Stunden. Das Subject Purify-Suppulation wird durchgeführt. Ich habe einige Tweaks zu bilden. Hallo! Hier sind die Verkaufsgeräusche. 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 Hier ist die Verkaufsgeräusche. Hier sieht man als Political- weird-webser. Hier Ban'm los. Hier ist überall ein Computer. Dass ich einen da runter geholt hab. Sehr schön. Ich verschwinde mal. Das Ganze wird mir doch ein bisschen zu blöd. Okay, hier wird das Ganze schon ein bisschen unheimlicher. Und... ne Audiokassette. Was? Zero Fire is not waking up, damn it. What went wrong? I was sure this would work. I was sure. To understand. Not those bastards that they need to shoot. ...project, Sizer. They don't know the importance of this project to mankind. To me. So sure, Sizer. It's for me, so it's all up there. Have I made this work? It's all up there. It's all up there. I've had this work. I can't do it. That's what I'm getting out of here. 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 Was machst du da, Kollege? Gut, alles klar. Der tut... Der tut nicht, der will nur Spielen gut. Ich hab' den... Okay. Ja, ja, ist ja gut. So, was haben wir denn hier? Das ist möglich, nur nicht von so tief gereicht sein können. So, dann gehen wir mal hin. Hallo? Ich weiß nicht. Ja! Die Operation ist ein Erfolg. Ich kann trotzdem sehen. Ich wusste es. Mein Gerät wird. Das wird sie zeigen. Okay. Okay. Ich bin tot. 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 So? So? So. So. Was haben wir denn hier unten? Aha. Aha. Essen. Und im Fernseher. Kann ich den Fernseher nehmen? Pfff. Scheiße. Da bin ich Patrosen. Da muss der Hirn aufschnitt. Puh. Geil. Töpfe. Sonst habe ich hier unten nichts, was mir hilfreich sein könnte. Was spät. Unten ist schlecht. Die Tür ist anscheinend ein verschließender Gewehren. Ähm. Ähm. Ja. Auch verschließt. Hier unten habe ich alle dessen bereits abgesucht. Weil ich absuchen konnte. Schwell. Schwell. Boah, klar. Juni, der K-Card. Schön. Da, da, da ist immer so ein Audio. Video. Ja, ja. Von der Audio-Kassette nehme ich mal mit. Vielleicht ist das ja hilfreich. Huah. Gehen wir mal hoch. Obwohl waschen wir. Nehmen wir die Audio-Kassette mal lieber hin. Achso, da unten war ich schon alles. Okay, dann gehen wir mal hoch. Tragen wir die Audio-Kassette mal nach oben. Wo? Ist hier zum Waschbengel? Was haben wir denn hier? Schönes. Aha. Aha. Hier, wir sind im Papier. Wir haben kein Spiegelbild. So. Ne Lampe wieder. Waschbengel. Ich mag mal im Tüssel. Ist aber auch nix. Schwell. Ich sehe jetzt aber auch nix weiter. Ich brauche jetzt mein Audio-Schwellen. Ja, Audio. So da hinten. Nehme die mal mit. Audio. Mitnehme, danke. So. Da liegt irgendwas, aber das nehme ich erst noch nicht. Ich schaue mich erst mal hier um. Und hier ist anscheinend auch nix. Interessantes. Schön. Ne Audio-Kassette. Was? Was? Wer ist da? Wo sind Sie? Wo sind Sie? Show Sie sich. Ist das noch funktioniert? Es funktioniert. Ich weiß nicht was. Es ist hier. Es ist hier. Es ist überall. Sie sind überall. Sie versuchen zu schrauben. Ich weiß, sie sind da. Ich kann sie sehen. Ich kann sie sehen. Ich kann sie sehen. Nein! Nein! Ich habe nur eine Audio-Kassette gefunden. Wie lolic. Ich habe nur eine Audio-Kassette gefunden. Oh, das ist mir jetzt alles. Das reinverloh. Oh ja! Rennen! Bleib stehen. Bleib stehen. Stehen. Geh one das lang. Bitte geh one das lang. Renn. Wooh. Puh. Alter. Alter. Gut. Renn weg von der Maus. Puh. 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 What the hell? LOL. Puh. Yeah das war ähm. Lea King. Ein kleines. Video auchry game wie es mir scheint. Ich hoffe euch hat's gefallen. Mir hat's gefallen? Ähm. Puh. Download den link in meiner Video Beschreibung. Bis dahin euer Kiki- feliz. Alle erste Lea Player. Mit Spaßfaktor. Und aus Rassland. Tschau tschau. Bis zum nächsten Mal.